Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja in der letzten Folge haben wir sehr viel Obsidian gefunden, haben mit unserem Pferd einige Gegenden abgeklappert, haben ja auch schon ein paar Hüllen entdeckt, die Hülle war leider nichts gewesen, das war Fehlanzeige und wir sind irgendwo in der weiten Welt verloren gegangen, wenn man so sagen könnte und haben unser Pferd verloren, was aber jetzt auch nicht so schlimm ist, muss ich sagen. Aber was wir entdeckt haben, natürlich eine neue Höhle und wie ihr mich kennt, werden wir natürlich dort nochmal gucken, was uns da Schönes erwartet. Aber bevor wir jetzt da runter gehen, werde ich erstmal einige Sachen ablegen, die wir jetzt nicht brauchen, weil ich nehme mal an, wir werden noch... Okay, ja was wollte ich sagen, genau, wir werden noch einige Sachen finden, die wir vermutlich noch verwenden werden, deswegen baue ich jetzt einfach mal hier kurz den Ofen hin, werfe dort einfach mal Kohle rein und genau, wir haben Obsidian, das lassen wir hier, das brauchen wir jetzt eh nicht, äh, Pfeil und Bogen, äh, nee, brauchen wir auch nicht, Werkbank brauchen wir auf jeden Fall, Eisenbachen lassen wir hier, so, so, also wir räumen es jetzt erstmal so um, dass wir dann noch Platz haben für weitere Ressourcen. Falls wir noch, ähm, doch Diamanten finden oder Redstone oder eben Eisen oder Kohle und ich muss jetzt nochmal kurz hier die Musik etwas leiser machen, so, weil die Ausnahmsweise sehr laut ist. So, jetzt passt es wieder. Ähm, genau, weil wir ja nicht wissen, was wir alles noch finden werden, aber so wie ich die Welt kenne oder die Höhlen, werden wir wieder sehr viel Eisen und, ja, das ganze Zeug finden und ich habe mitbekommen, wir haben keine Nahrung mehr, weil mit zehn Fleisch, da kommst du nicht, was... Hallo? Hase? Hase? Bleib hier. Dankeschön. Und wir sammeln uns jetzt hier einfach nochmal ein bisschen Fleisch ein, ein bisschen Kanin... äh, Kaninchenfutter. Oh, das war, ähm, ja, das war jetzt nicht meine Schuld, das Kaninchen ist in den Tod gesprungen. Ihr habt es alle gesehen. Und ich gucke gerade mal, ob es hier noch irgendwo ein Kaninchen gibt, damit wir noch ein bisschen Fleisch pruzeln können. Aber ich finde hier gerade keine, äh, Hasen mehr. Ich glaube, die sind alle weg. Schade, ich wollte noch ein bisschen Hasenfleisch. Vielleicht finden wir noch ein paar Schafe. Schafe? Hallo? Schafe? Oder Kühe? Sind hier noch ein paar Kühe oder Schafe oder Hasen? Keine Ahnung, irgendwas hier noch, was wir, ähm, für unterwegs mitnehmen können. Zwei Stück reichen nicht aus, also... Bevor wir nämlich dort reingehen, möchte ich schon gerne, äh, äh, ja, ähm, oha. Jetzt... Na super, hier gibt es auch noch eine Höhle und ich merke gerade, ich habe mich ver...laufen? Nee, ne? Ich habe mich da jetzt nicht verlaufen, oder? Äh, Zombiehand, na super. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, hey, Huhn. Wisst du. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Huhn, Huhn ble... Okay, also hier gibt es auf jeden Fall noch sehr viele Höhlen zu erkunden. Oh Mann, oh Mann, das wird noch sehr, sehr heftig werden. Vor allem hier unten alleine schon wieder eine Höhle. Also wir werden hier sehr lang... Oh, komm her. Sehr schön, danke schön, Huhn, ich bin dir ewig treu dankbar. So, hepp, geht nicht, verdammt mich. So, ich muss hier lang, lass mich... Hallo? Ja, die gute Spitzhacke verwende, das ist nicht schön, aber hey. So. Okay, wir haben eine Keule und zweimal Kaninchen. Und jetzt habe ich natürlich die Höhle verloren. Na, halleluja, oh, hallo. Kaninchen, Kaninchen, bleib stehen. So. Und jetzt ist das Schlimmste, was passieren kann, eingetroffen, wir haben... Hä? Kaninchenfell, ach cool, Kaninchenfell. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Vielleicht eine Rüstung, Craften, mal sehen. So, ähm, jetzt habe ich die Höhle verloren. Äh, es ist nicht so schön. Ja. Wir haben unsere Höhle verloren, es ist wunderbar und die Folge besteht jetzt darin, dass wir unsere Höhle wiederfinden müssen. Ich bin... Ich könnte heulen. Ja, super. Auf der Suche nach Kaninchen haben wir unsere Höhle verloren. Ach, es ist nicht schön. Und natürlich haben wir unser ganzes Obsidian da drinnen und... Oh Gott, nee. Wie mies ist das denn jetzt? Jetzt muss ich natürlich erst mal... Ah, wow, wow. Nein. Ah, Knochenbruch. Wir hätten, wir hätten uns ein Bett hinbauen sollen. Ja. Ein Bett für Wiedererfindung. Mit dem Kompass. Schade, ich wollte jetzt eigentlich in die Höhle reingehen und da hier mal ein bisschen rumgucken. Aber wie ich gerade sehe, sehe ich nichts mehr. Wo ist die Höhle hin? Das gibt es doch nicht. Mann, ihr... Ah, hier, hier irgendwo, hier muss es sein. Hier sind die Blumen. Ähm, nein, hier ist leider nicht die Höhle. Damn it. Ach, verdammt. Jetzt habe ich die Höhle verloren. Es tut mir leid. Toll, hier ist ein Schaf. Na, halleluja. Das prägt mir jetzt auch nicht viel. Ach, Mist, ich wollte doch nur Nahrungssuche machen. So ein bisschen für zwischendurch noch was zum Snacken. Aber hier vielleicht, oder? Toll, da ist eine Kuh. Was? Wieso ist da jetzt eine Kuh? Oh, Mann. Ich finde das gerade etwas mies. Wir haben unseren Ofen dagelassen und alles dagelassen. Super. Oh, Gott. Bitte nicht meckern. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So. Ich bin ja gerade selber etwas überrascht, dass wir hier alles verloren haben. Wofür wir so lange gearbeitet haben. Zwei Eier. Zwei Eier. Und nochmal zwei Eier. Sehr schön. Gut. Wir sammeln unterwegs noch ein paar Eier ein. Ist auch gut. Da können wir später dann was zu essen machen. Aber es ist trotzdem gerade sehr mies, dass uns hier die Höhle weg ist. Wo ist meine Höhle? Wo ist meine Höhle? Wo ist meine Höhle? Okay, hier ist die Höhle nicht. Wo ist meine Höhle? Wo ist meine Höhle? Natürlich können wir es auch so machen. Wir werden uns anscheinend erstmal eine andere Höhle unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir ja unsere Sachen wieder. Auf jeden Fall müssen wir unsere Sachen wieder finden. Unsere Obsidian ist da drinne. Da ist alles Wichtige drinne, was wir brauchen. Na komm her. Wegen euch. Wegen euch ist meine Höhle weg. Ihr miesen Hasen. Ich mag euch nicht mehr. So. Bin jetzt sauer auf euch. Ich geh jetzt dickchen. Ich suche mir jetzt eine Höhle und geh da einfach rein. Wer weiß, was passiert. Es wird ja nicht gerade dunkel. Also können wir uns in Ruhe und gemütlich zurückziehen. Ja so. Ach man ey. Das ist doch. Ich finde das gerade total uncool. Das ist jetzt wirklich. Ach man. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ob ihr das gut findet und sagt. Haha. Selber schuld. Keine Ahnung. Wie auch immer. Hättest du mal. Hättest du mal das Bett hingebaut. Als Rückweg für den Kompass. Oder aber einfach nur ein Weg mit Fackeln gemacht. Da hinten sind schon Fär... Warte mal. Ist das unser... Nein. Das ist nicht unser Pferd. Aber da hinten sind Pferde. Das ist... Joa. Boah. Gut. Was soll ich sagen? Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Ich weiß es. Oh hallo. Cool. Hallo Kuh. Hey. Bleib. Bleib. Bleib mal da. Wir brauchen. Also 16 Fleisch haben wir. So. Gut. Das Fleisch reicht jetzt auch. Jetzt würde ich am liebsten zu meinem Ofen gehen. Und dort erstmal schön... Das Fleisch... Oh mein Gott. Geh weg. Der Nachbar von der Nachbarschaftswache. Oder der Creeper von der Nachbarschaftswache. Hallo. Hallo. Hä? 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 Nein. Mist. Boah. Alter. Was hat der jetzt für ein Loch hier reingesprengt? Ah. Bin ich... Oh Gott. Nein, 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 nein werden schade noch bei ihr schon für zwischendurch nach mann boah du blöde Kuh wortwörtlich ist ja eine Kuh also ne Oh Gott ein Enderman ein Enderman hier sind die Hasen die Höhle war doch irgendwo in deinem Oh Gott da ist schon ein Pilz also bitte was will ich denn mit einem Pilz also echt mal Pilze sind nicht gut für mich wieso so jetzt wieso und neil warum meine Höhle weg warum ist alles weg Mecca 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 was da hinten da hinten da hinten vielleicht bitte 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 please lass mich da hinten etwas Framerate hängen gerade wieder rum das ist nicht gut meine Beine ich muss doch wieder meine Höhle finden meine Höhle finden hier bin ich natürlich jetzt total falsch ja also Regel Nummer 1 WTF das ist aller du siehst mich oh Gott er sieht mich doch er sieht mich einfach doch und ich laufe weg das erste Mal dass wir so lange in der Nacht rumlaufen ohne uns hier irgendwie groß in Sicherheit zu bringen oh Gott Enderman ihr habt es gehört das das komische Geräusch da sind meine Freunde die Creeper und Schweine natürlich meine Freunde die Schweine und die Creeper ist da Lava da ist Lava das ist aber andere Lava als die wir schon wie ist denn hier los ach guckt mal an ist das die Gegend wo der Alter da ist der Enderman Hilfe Hilfe was ist du geh weg nein du gehst da rein geh da rein ja super ein mutiertes Skelett was ich verwandeln kann also mit Rüstung wollte ich sagen wo kommst du denn her hallo was bist du denn für einer bist du ein neuer Freund nein bist du nicht gut dann tschüss so hier ist der Wald ist weggebrannt das ist ach schön ein neues Gebiet ein abgebrannter Wald boah alter ey ich will jetzt hier keine 30 Minuten lang durch den Wald hopsen springen fliegen und auch was auch immer ich entschuldige mich nochmal auch wenn es nicht wirklich ja doch entschuldigen ja passt man entschuldigt sich immer sehr oft das ist immer gut manchmal gut ich mach's jetzt so wir laufen jetzt weiter suchen uns die nächst beste Höhle die wir finden können und gehen da einfach mal rein und gucken mal was uns da schönes erwartet vielleicht wird das auch eine extra längere Folge eine Sonderfolge mal gucken eine XXL Special Folge keine Ahnung Hops Autsch Knochen kaputt aber das macht nix wir sind hart im Nehmen da kann man wenigstens noch die schöne Musik mithören das passt doch wunderbar so jetzt guck ich erstmal hier den hauen wir erstmal auf die Füße so oh Gott oh Gott Hilfe Invasion der Zombies und natürlich Skelett warum auch nicht weißt du sind die Punkte hier ich will die Punkte haben genau ja ich weiß ihr merkt es bestimmt selber ich habe keine Ahnung wo ich schlank laufe ich bin froh dass ich meinen Kompass habe um einen Weg nach Hause zu finden das ist ja schon mal eine Sache für sich wo man sagt hey wow was für ein Glück und ich glaube es wird bald Tag die Uhr sieht relativ gut aus ein Zeichen dafür dass es hier sind Hasen Alter wie mies ach wie blöd so ich sage ja wir nehmen uns jetzt die nächstbeste Höhle vor auch wenn es leider nicht unsere Höhle ist die wir haben wollten aber gut was soll's so halalala wir werden uns natürlich auch neue Sachen craften deswegen haben wir ja zum Glück noch die Werkbank mit weil sonst würden wir ganz ohne dastehen und das wäre eher nicht schön unschön wäre das so ich habe natürlich schon ein bisschen Bangel hier eine unbekannte Höhle wer hat das nicht Bangel in einer Höhle zu haben aber ich glaube wir werden es relativ gut überstehen das brauchen wir nicht denn wir brauchen Kohle okay dann was ich doch ich wollte gerade sagen ich kann keine Kohle nehmen willst du mich ärgern so alter die Geräusche ne die Geräusche sind schon krass kann man nicht oft genug sagen kein Wunder dass die so krass sind da ist ja der König wieder der König ist am Start da verbrennt einer und da kommen gerade nö oder ey das ist doch jetzt nein warte alter 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 nein 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 ja meine Freunde ihr habt es gesehen es tut mir leid damit endet das ja minecraft let's play wir sind geschlagen wir wurden überrascht von einer Horte Zombies die haben uns getötet es tut mir leid dass wir nicht weiter gekommen sind beziehungsweise dass wir nicht die Sachen die wir noch vor hatten machen konnten wir sind gestorben ich hoffe es hat euch trotzdem soweit gefallen wie gesagt wenn ihr wollt dass wir es noch einmal probieren dann schreibt es gerne in die Kommentare und ja ansonsten verabschiede ich mich hier erstmal aus dem let's play minecraft wie ihr es ja gelesen habt die finale Staffel es tut mir leid und ja vielleicht sehen wir uns wieder mal in der Welt von minecraft oder in einem anderen let's play ich bedanke mich für euer dabei sein und ja bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal